Willkommen im HIGH FIVE CHANNEL! Ähm, wo ist eigentlich das Intro hin? Na egal, mach ich das halt selbst. Ähm, heute werde ich euch zeigen, wie wir unter Windows 7 Dateien anzeigen, die eine von uns spezifizierte Größe aufweisen. Das können zum Beispiel Dateien in einem Verzeichnis oder Dateien auf unserem Computer sein. Zuallererst öffnen wir den Windows Explorer. Ich gehe dazu einfach auf Start, Computer und nun gebe ich hier oben rechts Größe ein, mache einen Doppelpunkt und in diesem Dropdown-Menü kann ich mir nun aussuchen, welche Größe die Dateien haben sollen, die ich gleich auf meinem Computer auflisten möchte. Ich wähle hier einfach mal riesig. Nun werden mir nur Dateien angezeigt, die größer sind als 128 MB. Das ist eine sehr nette Funktion, sie geht allerdings noch ein kleines bisschen weiter. Hinter Größe kann ich nämlich auch einfach eine fixe Dateigröße aufschreiben. Zum Beispiel 20 MB. Nun werden mir Dateien auf meinem Computer angezeigt, die möglichst 20 MB groß sind. So wie es aussieht, zeigt mir Windows hier nur Dateien an, die leicht unter den 20 MB liegen. Ich probiere es einfach mal aus. 21 MB. Und jetzt bekomme ich Dateien angezeigt, die bis zu 21 MB groß sind. Nach der Dateigröße absteigend sortiert. Ein kleines aber feines nützliches Feature, welches sich unter Windows 7 gekonnt vor den meisten Nutzern versteckt hält. Ich hoffe dieses Video hat euch ein wenig weiter geholfen oder ihr habt etwas Neues dazu gelernt. Have fun!